Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Wir sind heute wieder mit Flavix und Cookie. Hallihallo, meine Freunde. Äh... I gonna, I gonna, I gonna go. Oh no, you're going ham. Okay, 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 ich werde dich unterstützen. Wer braucht schon Support? Man muss diesen scheiß neuen Champion erstmal lernen, ne? Nein, 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 jetzt sei nicht so aggressiv, ne? Und dann selbst, wenn man uns nicht drauf hat nach 20 Stunden, kann man nur noch sagen, der Champion ist scheiße. Mach mal 500 Stunden und wenn du dann immer noch scheiße mit dem Champion bist, dann wissen wir, der Champion ist scheiße. Dann kann man den nicht mehr retten, außer man bufft ihn bis in den Himmel. Magst du es nicht, wenn ich ihn scheiße nenne? Doch, meinetwegen kann er für die scheiße sein. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, den Champion. Champion ist scheiße. Mir fällt auf, wir haben keinen einzigen Healer, aber wir haben einen Torbjörn. Ach, ich hatte auch eben eine Runde, wo alle Leute Damage-Healer gepickt haben. Und Hanzo hat die ganze Zeit gespammt. Wir brauchen den Healer. Ist der Healer. Meinst du so? Natürlich. Ich habe das schon an der Hand so getestet, dass der Rechtskrieg, ey. Er springt einfach raus. Es macht ihn gar nichts aus, also er springt einfach weiter. Und in der ganzen Strahle, wie er zieht, aber es ist nicht. Ja, das muss der perfekte Heim. Ich kenne das Gefühl, aber. Hier sind bessere Plätze. Bleib mal hinter dir, Kamerad, ne? Mach das mal. Oh, pass auf, da ist eine Widder oben. Oh Gott, ich hasse Widder. Tust du das? Oh, er hat verkackt und wie. Ich dachte gerade, er hätte Erfolg gehabt. Nein, ich bin besser. Kennst das doch. Alter. Die Widowmaker hat mich getroffen. Mit einem Headshot. Warum hat Sommer so viele Kids bekommen, Alter? Weil, äh, keine Ahnung. Junge, der hat gerade vier Kids oder so gehabt, du mal. Wieso, was, the fuck? Am Anfang war alles tot. Ich kann gerade einfach... Du, ich, dann der Rest. Du, ich, dann der Rest. Ich weiß gar nicht, warum ich so immer so... Ach, nah, Alter. Junge, ich werde ja einfach nur benutzt. Alter, die Widowmaker, ne? Die macht richtig Probleme. Die müsste jemand aushalten, aber leider sind wir nicht möglich. Denn wir haben einen Torbjörn dabei, der wieder von der Sonne rumgebracht worden ist. Ein russischer Torbjörn. Der braucht noch gute Beschütze. Er hätte, er, hätte eher in die Bärenzucht gehen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Armour over here. Ja, ja. Wir machen das. Da, 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 da. Surprise Jump! Das ist Reflex. Einfach guter Reflex. Ich bin Reinhardt. Ich schrei um Hilfe. Hast du was gegen Reinhardt, Spieler? Ey. Wir schreien immer so. Ja, wir missen das. Das ist, das ist unsere Art. I'm still alive. Mal gucken, wie lange. Lange genug. Schön, nur noch so ein Psychopathen-Genji, Alter. Oh. Oh. Hier back, hier back. Wo ist denn hier back? Ich werde verpackt. Komm sofort zurück, Reinhardt. Oh ne, ich wurde gehackt. Die haben mich mal verprügelt. Alter, die Sombra ist gar nicht mal so schlecht, die Spielerin. Ich habe erst zu spät gemerkt. Videomaker. Ja, Videomaker macht mir sowieso Probleme, aber... Und bei mir war es halt jetzt die Sombra, die hat mein Schild weggemacht und dann war das... Tschut, tschut. Tschut, tschut. Hier kommt's, äh, 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 Clinton-Train. Der hat mich immer anbauen. Das ist auch gut. Ich treffe sie nicht, sie ist direkt vor meiner Fresse, aber ich hoffe, sie doch gerade sogar geht. Wo ist hier ein Headpack? Oh, fuck. Nirgends. What are you supposed to do? Oh my god, töte es. Nein. Ich seh nur noch, wie du die ganze Zeit schießt, das passiert nicht. Das ist ein bisschen schirmer so, weil ich hab noch so 24 HP. Das sah so cool aus. Alter, ich konnte ja nicht länger durchhalten. Oh god, die Hanso-Ulti und jetzt sind sie wieder am Allem. Papaganda-Laludes. Irgendjemand hat Hanso gerade vier Leute gekillt. Ja, fünf sogar. Aber die sind gerest worden. Bongo, Bongo. Bongo, Bongo. Oh, ich raste aus. Die Widowmaker, sie ist mein größter Fall. Die kann über die Dinger schießen, weil ich so riesig bin. Das ist aber draufge... Da musst du dich bücken. Du hast so recht. Oh my god. Wir spielen jetzt Orissa im Schleichmodus. I'm gonna take that armor. Man muss Orissa gebückt spielen. Ja. So wie wir es hier gerade sehen. Dann sollen wir versuchen, dich zu hacken. Soll sie mal, Alter. Ich mach sie kaputt, Mann. Haben wir noch einen Heider? Wir haben ja kein Fehler. Oh no. Er hat mich getroffen. Es ist so traurig. Oh no. Get fucked. Get fucked, Mann. Get fucked. Oh. I will not fuck. I will not die. You die. And you're waiting. I'm waiting. I'm waiting. Broshy bear, bl***h. Alter, du scheiß, Reinhard. Fick dich. Ist du es gegen den anderen? Ja, gegen den anderen. Oh, das ist dein Genji. Surprise, boy. Oh, dieser dreckige Genji kam von hinten. Ich verstecke mich hier gerade, dass wir nicht pushen können. Finde ich super. Obwohl, hier ist gar keiner mehr. Doch, da ist der neue. Da komm ich. Ich hab ihn verraten. Ich hab ihn verraten. Ich hab ihn verraten. Ich hab ihn verraten. Aber da krieg ich mir auch. Wir sind sicher. Wir sind nicht zum Shopper gekommen. Arnie wird uns verprügeln. Ich hab ihn verraten. Ich hab ihn verraten. Ich hab ihn verraten. Boah, dieser... Wow. I feel like a new man, Alter. Ich fühl mich, als hätte man mir gerade einen Arm abgeschnitten. Reinhard, was redest du? Schnell hochheelen. Weil wir natürlich keine Healer haben. Und ich bin so dreist und picky, nicht? Weil unsere Orressa einen Reinhardt braucht. Oh nein, da bin ich wieder. Was ist hier noch passiert? Du hast gerade einen Anhoff bekommen. Der ist nicht verraten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab gesagt, nee. Nee. Ich bin Overwatch-Spieler. Ja, mich interessiert kein Telefonat. Ah. Und sowas? Du bist trotzdem dran gegangen. Ja, ich weiß. Aber das war Reflex. One Dushnut simply doesn't go on the telephone if it's their Grandmother. You know? Ey, da ist ein Genji von hinten, ey. Ich hab keinen Ulti mehr. Oh shit, man. Dachtest du, du könntest überleben, Reinhard? Der Booster. Oh Gott, nein. Ich hör wieder Sombra, Alter. Ich hör wieder Sombra. Die sieht halt immer die Leben, die Toten. Die Sombra sieht die Toten. Ja, Sombra sieht die Toten. Ich raste komplett aus. Sollt du Puppe zollern. Geh, du Maker. Du bist nicht nah, keinem. Ich aber. Au. Ich brächt. Ich glaube, ich sollte mal zurück. Abagandala loses. Abagandala loses. Abagandala loses. Man, diese Sombra. Alter, die hat mir einfach einen gegen den Kopf gehabt. Wie hört euch das einfach an, meine Freunde? Das ist ja mal widerlich. Oh, hat man nicht gehört. So eine Schade. Ich hab aber Ulti ready. Äh. Einheit, Mädel. Haben die jetzt Zephara, ernsthaft? I don't know. Halt da einfach. Oh, yeah. Nein. Warum? Messi, komm her! Red Diamond fehlt alle eh. Bam! Bäm! Bütz! So macht man dann. Brutaler Reinheit hier. Mein Bizeps schwellt gerade regelrecht an. Bist du überhaupt da hin? Ja? Ja? Wäre echt heftig, wenn nicht. Gibt er jetzt den Hanzo an. Jetzt kommt der letzte Error. Das war der letzte Error bevorragend starb. Ich kann dir sagen, er stirbt am Ende. Echt? Ja. Also dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bisto. Bisto. No. Bis zum nächsten Mal.